Sie setzen Ihren Anlagen Coriolis-Masse-Messsysteme ein und schätzen deren Vorteile wie eine hochgenaue Masse- und Dichtemessung oder die Installation von Ein- und Auslaufstrecken? Dann ist Ihnen vielleicht die Problematik von gasblasenbehafteten Medien bekannt, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf Coriolis-Masse-Messungen haben können. Und genau für solche Applikationen hat Endres & Hauser ein neues innovatives Coriolis-Masse-Messsystem entwickelt, den neuen ProLine ProMassQ, der trotz gasblasenbehafteten Medien eine hochgenaue Masse- und Dichtemessung gewährleistet. Ich hoffe, ich habe Sie auf den neuen ProLine ProMassQ neugierig gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns am 18.09. um 10 Uhr beim Process-Webinar wiedersehen können. Mein Name ist Daniel Winter, ich bin Produktmanager bei Endres & Hauser und verantwortlich für die Coriolis-Masse-Mess-Technologie.